Wenn das Leben dir nichts mehr zu bieten hat, was tust du? Wenn du nichts mehr besitzt aus einem Dach über dem Kopf, das du dir mit Fremden teilen musst, wo findest du Hoffnung? Wer hat Mitleid mit dir? Wer? Ihr redet und redet von Wahrheit! Was soll das überhaupt sein, die Wahrheit? Ich scheiß auf deine Wahrheit! Du bist nur Dreck! Du bist Abschau! Keiner braucht dich! Jeder ist nutzlos! Du, ich, wir alle! Was tue ich eigentlich hier? Warum lebe ich hier? Morgen! Morgen gehe ich fort! Ganz bestimmt! Und ich? Was ist mit mir? Bin ich nicht auch ein Mensch? Habe ich nicht auch das Recht auf ein anständiges Leben? Hilfe! Bitte! Du! Du verdammte Bastards! Ich schlag dich tot! Sag mir, was wird aus einem Menschen, wenn er alle Hoffnung verloren hat? Du! 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 Du!